In sechs Tagen ist Heiligabend. Wer jetzt die Weihnachtsgeschenke noch nicht beisammen hat, der sollte sich beeilen. Die Lieferdienste könnten auf den letzten Metern nämlich in die Bredouille kommen. Vor allem für Ungeimpfte könnte das knifflig werden, denn wer den 2G-QR-Code auf dem Handy nicht vorweisen kann, der steht vor verschlossenen Türen. Es sei denn, die Betreffenden leben in Niedersachsen oder planen einen Kurztrip dorthin. Auch der Einzelhandel schöpft jetzt wieder Hoffnung nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg. Ungeimpfte müssen in Niedersachsen nun doch nicht mehr draußen bleiben. Das Weihnachtsshopping mit Impf- oder Genesenennachweis ist gekippt vom Oberlandesgericht Niedersachsen. Die Begründung, der Einzelhandel könne nicht mit Sport- und Freizeiteinrichtungen gleichgesetzt werden. 2G sei hier zur Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar. Will heißen, zu vieler Ausnahmen wie Supermärkte, Drogerien oder Gartencenter. In dieser Relation beherrschbares Infektionsgeschehen, geringe Wirkung der Infektionsschutzmaßnahme und erhebliche Grundrechtseingriffe erweise sich die 2G-Regelung im Einzelhandel derzeit als unangemessen. Erste Reaktionen aus der Politik. Ich glaube, dass es im Moment sinnvoll ist, alles auszuschöpfen an jeder Stelle, um zu schauen, dass Omikron in einer Geschwindigkeit, wenn es sich ausbreitet, da ist, die wir beherrschen können. Gerichte haben immer das letzte Wort, ob uns das nun gefällt oder nicht. In ganz Deutschland sind bei Gerichten Klagen gegen die 2G-Regel eingegangen. Auch in Berlin klagen Einzelhändler. Doch bislang gibt es keine einheitliche Linie der Richter. In Schleswig-Holstein war diese Woche ein Eilantrag eines Einzelhändlers abgelehnt worden. Die Vorweihnachtszeit für den Handel normalerweise der Höhepunkt des Jahres. Gerade jetzt das vierte Adventswochenende. Wir haben momentan wirklich eine dramatische Situation in den Innenstädten, in den Textilgeschäften. Gerade jetzt in der umsatzstärksten Zeit des Jahres brechen die Frequenzen und Umsätze weg. Über 40 Prozent weniger Kunden und Umsatzverluste um die 30 Prozent, teilweise auch darüber. Vielleicht zieht das Niedersachsen-Urteil Kreise und beschert dem Handel doch noch ein kleines, aber sicher sehr kurzes Vorweihnachtswunder. Untertitelung des Jahres.